Der Surfkleider ist eigentlich kinderleicht zu fahren. Zugegebenermaßen macht es natürlich mehr Spaß, wenn man in ganz sonnigen Gefilden unterwegs ist, wie beispielsweise auf dem Gardasee. Aber bei rund 20 Grad auf der Xandern Nordsee ist das auch völlig okay so. Und Sie sollten das Wetter genießen, denn heute bleibt es noch richtig schön. Hier sind die ausführlichen Aussichten und ich gebe nochmal richtig Gas.